Jau Leute, Kissboy hier Leute. Heute machen wir ja wieder Leute und zwar ein Infovideo mal Leute. Und ich wollte euch mal was fragen Leute und zwar habt ihr Bock, dass ich mal, ihr kennt ja bestimmt Freitag der 13. Also das Spiel und ich hab mal überlegt, dass ich mal Freitag der 13. in Realize machen würde Leute mit meinen Freunden Leute. Habt ihr drauf Bock Leute? Also guck mal, ich hab mir hier schon die Jason Masken, ich hab alles besorgt schon für Freitag der 13. Habt ihr Bock, dass ich Freitag der 13. in Realize mal mache? Dann gebt einen Daumen hoch. Sagen wir mal Bye. Leute, Bye. 10 Likes. Jetzt wirklich, bei 10 Likes kommt das, kommt Freitag der 13. in Realize Leute. Und ja, das ist wirklich ernst Leute. Das kommt wirklich in Realize Leute. Ich hab, ähm, warte mal, wo ist jetzt hier die Waffe halt? Und, hier, ich bin der, aber ich bin Jason Leute und das ist die Waffe hier, die ich habe. Leute Leute, ich bin auch der Jason. Ich bin auch der Jason Leute. Und ja, gut Leute, das war's für dieses Infovideo. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und da. Dann sag ich einfach mal. Bis zum nächsten Video. Peace, Leute, kommt noch ein Video. Bis zum nächsten Video.